hallo leute herzlich willkommen zu einer neuen folge jurassic world evolution heute wieder mit unserem schönen park hier langsam geht es ja dem ende zu hier sind menschenmassen die sich über die attraktionen erfreuen wie es hier gibt ja auch wieder ganz viele hier auf einem haufen das geht gut doch das geht mir die standard tour sowohl sind wieder in der frechstation wird er aufgefüllt er müsste irgendwo die karante sind da ok genau indoraptor da war ja was indoraptor teures teures test tier was wir hier haben können ein indoraptor ist ich bin mir nicht sicher ob im indoraptor jetzt ein tier ist was wie ein veliziraptor oh scheiße kollegen braucht oder ob es wie t-rex oder sowas oder den dominus einzeln bleiben will und das ist jetzt natürlich hier fragwürdig bedeutet aber auch wiederum wir züchten ihn jetzt einfach mal sozusagen auf vorrat züchten wir einfach mal tun die boot kapazität gegen ausprozessen beides die welt macht uns ja jetzt nichts mehr und das wird das indoraptor gehege jetzt sagt er natürlich viel zu klein notfalls setzen wir ihn woanders hin aber für das erste kommt er mir dahin ist die frage was für ein sichtfenster eindeutig ok dann bauen wir mal die hiege elektrozäune natürlich perfekter anschluss hier braucht ihr hier noch platz so einfach jetzt ein bisschen mehr drauf achten wie der zaun sitzt und vornherein irgendwo das tor hier die krankheit und eine leere futterstation vom indoraptor so die hiege wäre fertig brauchen wir noch die inneneinrichtung bedeutet wasser was ich gerne hier vorne zuschauen ich würde das gerne irgendwo hin patzeln ich würde das gerne irgendwo hin patzeln ich würde das gerne hier irgendwo hin patzeln oh da gibt es aber viele andere anscheinend von dem leckgummi hier so ok sollte ja passen für den indoraptor pflanzer oh gott zweiter kranker warte da war schon er und jetzt muss man das eine noch anschließen denn wie scheint wurde es nicht ganz erwischt so tot da fangen wir schon die ersten toten ein ach der martenterosaurus ok das ist jetzt nicht unbedingt schlimm den kann man schnell wieder nachzüchten martenterosaurus legezüchte gut holt den mal da raus zum einsammeln des produkts unterwegs was wartet der jetzt der soll reinfahren ok indoraptor auf dem weg mit 40% der hier holt auf bauen verbinden sie die bar bauen wir eine bar hier auf dem weg einfach hin wäre bestimmt voll cool einfach so eine bar mitten irgendwo nirgendwo hier kommt eine bar hin das sind schon drei kranke tiere bestätige aufgabe die gehen sofort auf angriff asoziale tierchen getroffen und wenn ich jetzt verarschen was stimmt uns gerade hier alles ab ein triceratops ok sind die die anfrage sterben 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 jetzt geht es gerade nicht ok das gehege check einfahrt check sie geben wohl wirklich nie auf wir bräuchten mehrere wie sie was habe ich jetzt geschafft hm irgendwas für die wissenschaft nicht das große gehege aber sollte passen nicht das große gehege aber sollte passen stiegen muss aus dem wasser gezogen werden auch nicht schlecht dass der aber nie versucht machen nach der grünen zu springen sondern er sieht bloß das geschäfte sind oft nicht sauber oder einfach aber immer nein dankeschön hör was passiert da alter oh für den produkttransport oh die musik ist einfach schön der wahnsinn diese musik da das das level der sabotage ist immer noch sehr hoch von der sich es gibt einen neuen job und ich weiß genau wer ihn übernehmen sollte und ich weiß auch wie schnell wir den erfüllen sobald wir die ersten paar dinos haben wenn ich könnte würde ich jedem menschen die möglichkeit geben persönlich mit unseren dinosauriern zu interagieren ok vielleicht nur mit den freundlichen ja wenn mit dem bösen dinos auch noch hier was machen würde ich werde es dezent bescheuert so dinos freilassen ist die helikopter 2 kümmerlich drum ist natürlich jetzt praktisch dass wir hier gleich ein system drüber haben ich finde aber auch muss ich jetzt dem spiel schon lassen er ist sehr gut oh und schon die besucherzahl erreicht geschafft und dafür danke ich ihnen ich meine den auftrag dank ihnen besuchen mehr menschen den park und die wissenschaftsabteilung versuchen sie nur nicht mehr den job wegzunehmen wir müssen den großen vorteil jetzt dran sehen dass wirklich wenn du auf dem gebiet bist wo du es brauchst und nachdem du anfragst du kriegst du direkt von dem punkt produkt wird eingesammelt wo es am nächsten ist den helikopter auftrag in manchen spielen funktioniert das nicht so gut wie hier so wir haben hier die wissenschaftsabteilung oder die sicherheitsabteilung und da das innovationszentrum das bestimmt ordentlich geld macht 7000 bloß ok ich hätte mehr erwartet um ehrlich zu sein ich weiß gar nicht wie viel strom wir schon benutzen aber es braucht bei uns sehr viel auch der Zaun aber ich will hier kein wirkliches risiko eingehen und baue lieber mehr Stromgeneratoren als dass mir die dinos ausbrechen deswegen alles auf strom setzen ich bin noch ich bin noch dass das ihm nicht zu klein ist mal jetzt ganz ehrlich ok dann müssen die sich da drüben aber bitteschön auch beschweren wir tun jetzt hier nochmal ein Stego raussuchen ich wette ich übersehen wieder nein diesmal nicht ich habe ihn nicht übersehen so jetzt gehen wir in das Expeditionszentrum und suchen nach großen dinos nein das ist die Forschung das ist wieder falsch das ist wieder falsch Expeditionskarte ich habe es doch so wo waren die großen Tiere Brachiosaurus und Klamasaurus hier und da auch nochmal hin so also ehrlich so schlecht schaut das hier gar nicht aus vor allem sobald wir hier die Rundtour beenden ich würde die einfach hier so mittel drüber fahren lassen oder hier so drüber ziehen nach da hinten und dann drum aber erst wenn ein bestimmter Bereich fertig ist weil sollte man hier nochmal irgendwo Zuchtbereichen machen oder was wahrscheinlich nicht doof ist hier nochmal so eine Ranger Station hinpacken hier nochmal eine Ranger Station und so 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 ok angeschlossen angeschlossen wie schön ist hier kein Stromzugang an der wichtigsten Stelle zu den Fossilien wenn man den Leuten Glauben schenkt haben sie eine großartige Entdeckung gemacht das klingt nach Erfolg so alles erforschen was wir haben so jetzt haben wir hier nochmal ein extra Abteil natürlich das Ranger Team gleich auf alle 5 erhöhen das Nachladetempo einmal erhöhen zweimal die Treffsicherheit und zweimal die Gnade so somit haben wir nicht hier auch ein zusätzliches Team was schnell eingreifen kann hier gehen wir zum Beispiel noch Team 3 fahre zur Futterstation weil es wahrscheinlich von der Karte aus gesehen der nächste Punkt ist ich weiß nicht ob er so rechnet oder ob er so rechnet also wirklich den Weg den da fahren muss wäre interessant zu wissen dum 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 seid ihr bereit Leute ah wir lassen erst den hier frei komm also wichtiger jetzt nicht aber er ist schneller erledigt außerdem haben wir da einen schönen Spoiler für die nächste Folge aaaaaaah Spoiler 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 so der Indoraptor äh der Indominus wächst dann 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 wo läufst du denn? höh ein Zaun höhö cool das ist in deinem Wald so der betäubt und kann abgeholt werden in sein Gehege zurück aber jetzt haben wir eben hier wieder unsere Ranger Station und alles bereitstehen warte das können wir auch nochmal schnell upgraden AC Helikopter Team Transport Team so können wir nachleitetempfen und die Treffsicherheit erhöhen weil was bringt sich wenn da viel nachladen kann aber nicht gut trifft natürlich brauchen die auch eine entsprechende Planung so jetzt haben wir hier auch hier ein schönes Arbeitscenter wenn man zu hinten betrachtet würde so sowieso schon aber auch nicht schön so schick oder? transportiere Produkt so so hier über die Kuppel drüber bestimmt gut aber Leute das war's für diese Folge ich hoffe es hat gefallen denn ja lasst einen Daumen nach oben da abonniert wenn ihr noch nicht habt und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder ciao ciao so 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 so